Wo ist die Bombe? Zehn Sekunden oder sie sind tot. Interessant. Ich bin der Einzige, der weiß, wo die Atombombe ist. Tja, wenn das so ist, dann sollten sie aufhören zu... Oh, fuck. Oh mein Gott! Warum hast du das gemacht? Das war keine Absicht. Hier schwirren Unmengen von Pollen durch die Gegend. Ich habe den Lehrerinnenjob für die CIA gekündigt, um eine coole Spionin zu werden. Und jetzt bin ich noch dieselbe Langweilerin wie vorher. Immer gehst du auf Nummer sicher. Ich höre einfach meine Mutter. Pass dich schön an, lass die anderen ran, mach keine Welle, das ist nicht der Helle. Wahnsinn. Gib deine Träume auf, Susan. Das hat sie mir in die Lunchbox geschrieben. Wir haben ein Gespräch abgehört. Rainer Boyer noch weiß, wo die Atombombe ist. Sie kennt die Identität all unserer Agenten. Und wie ist diese FUT an unsere Scheißnamen gekommen? Das wissen wir nicht. Und halten Sie sich mit dem F-Wort zurück. Oh, jetzt hören Sie aber auf. FUT bedeutet ganz was anderes, da wo ich herkomme. Hier bedeutet es Vagina. Wir brauchen jemanden, der die Bombe findet, ohne aufzufliegen. Das heißt, ihr scheidet aus. Ich brauche jemand Unsichtbares. Ich mach das. Oh, okay. Kochen Sie lieber weiter Kaffee. Ich mein's ernst. Ich kann das. Sie bekommen eine neue Identität. Sie sind nicht mehr Susan Cooper. Sie sind Penny Morgan, eine geschiedene Hausfrau aus Iowa. Das stärkt das Selbstvertrauen. Sind Sie wirklich bereit für den Außeneinsatz? Gehen Sie weg! Oh, Kacke! Sie dürfen keinerlei Kontakt zu den Zielpersonen aufnehmen. Auf ihr Wohl. Sie sind vielleicht nicht so weise wie eine Eule, aber Sie sind der letzte Heuler für mich. Was für ein schwachsinniger Toast. Sie sind entzückend. Okay. Ich bin dein beschissener Albtraum. Ich werde dich vernichten. Was bist denn du für ein Vogel? Ich bin diejenige, die dir den Schwanz abschneidet und an die Stirn taggert, damit du aussiehst wie ein schlappschwänziges Einhorn. So ein Vogel bin ich.